Wir behandeln in unserer Klinik alle Formen von akuten und chronischen Herzerkrankungen. Dazu zählen zum Beispiel Herzrhythmusstörungen, Erkrankungen der Herzkranzgefäße, die Herzschwäche, aber auch Erkrankungen der Herzklappen. Für den Fall eines akuten Herzinfarktes sind wir ständig für Sie da. Für die Diagnostik und Behandlung können wir auf modernste Medizintechnik und höchste Hygienestandards zurückgreifen. Wenn Sie zu uns kommen, begleitet Sie unser Team von der Aufnahme über den Eingriff bis zur Entlassung ganz persönlich. Uns ist es wichtig, dass Sie sich bei uns sicher und gut aufgehoben fühlen, denn Ihre Gesundheit liegt uns ganz besonders am Herzen.